Hallo und willkommen zu diesem Video hier über meine Playlists Also ich zeige euch jetzt mal meine ganzen Playlists, ich habe das alles neu sortiert Das war sehr viel Arbeit, sehr viele Tage und viele Nächte Und ich hatte über 120 Playlists Und die habe ich auf Privat gestellt, die meisten davon So dass jetzt nur noch 44 Playlists öffentlich sind So dass es jetzt deutlich übersichtlicher ist als vorher Und dann zeige ich euch mal die Reihenfolge, ich setze hier total durcheinander Aber ich zeige euch jetzt einfach mal was ich hier habe Also hier habe ich zum Beispiel 4 Videos, 886 Stück Davon sind 575 Videos von meinen eigenen Meerschweinchen Dann habe ich hier schon 98 Videos mit meinen eigenen Kaninchen 96 Mäuse Videos Ja also hier 54 Steckbriefe gibt es von Tieren 51 Videos als Erinnerung für Felix Dann 48 Gehegebau Videos Und 47 Videos mit sprechenden Meerschweinchen 36 Mitteilungen, dass Tiere gestorben sind, habe ich hier schon 34 Videos mit Lucy Dann hier zur Erinnerung, die gibt es auch nicht mehr 16 Videos mit Tauben Und dann noch auch zur Erinnerung 10 Videos mit Wellensittichen So dann geht es weiter mit sonstigen Videos Allgemein 106 Urlaubs Vlogs Ich weiß nicht ob ich die vollständig erfasst habe Ich hoffe es Die wichtigsten Urlaube sind auf jeden Fall jetzt hier in dieser Playlist Und auch sehr beliebt sind die Verkostungen mit 67 Videos Schon 57 Monatsrückblicke habe ich hier Kann ich ja mal zeigen wie das dann aussieht Äh ja Die sind alle nur diese Monatsrückblicke hier und so weiter Und 46 Unboxings habe ich schon So weiter geht es hier mit 36 Oster Videos Hauptsächlich Osterreiten Und 28 Let's Plays habe ich gemacht Ja dann ebenfalls 28 Faschings Videos von Umzügen und so weiter Und 25 Livestreams Und 23 Verlosungsvideos habe ich schon gemacht Und 21 Forstfest Videos Ja dann hier 20 Social Blade Videos Aber da kommt jetzt wahrscheinlich nichts mehr dazu Weil die zählen ja die Abos nicht mehr richtig seit längerer Zeit schon Ja und auch richtig cool hier Sonne, Mond, Finsternisse Ähm Planeten, Merkur, ne Quatsch Venus, ja Merkur Was haben wir noch alles gehabt? Jupiter, Saturn, Monde und so weiter Von Finsternisse Ja 16 Stop Motions Und 12 Zeichentrick Videos Ja mit Mehrschwellchen und so Habe ich mal gemacht Ja 12 Q&A Frage und Antwort Videos Kommt auch jedes Jahr wieder was dazu Und dann die Antworten dafür Dann habe ich hier zum Beispiel 10 Witze mit Schleiches Videos Da soll auch noch was Neues kommen Dann hier 10 Videos mit selbst komponierten Melodien Damals von Sony Ericsson Handy Inklusive Veröffentlichungen von einem anderen Kanal Sind noch ein paar Einzelne mit dabei hier in dieser Liste Und hier 9 Videos mit Fanpost vorlesen Und zeigen Und dann haben wir hier letztendlich meine Feuerwerksvideos Und davon habe ich 1380 Stück Stand 17. April ist das heute alles Davon enthalten Und Videos können natürlich auch mehrfach in Playlists auftauchen 520 Part 1 also Jugendfeuerwerksvideos 407 Böllervideos Ja dann haben wir hier auch schon 263 Feuerwerksbatterievideos 187 Fontänen und Vulkane-Videos 165 Bombenrohr-Videos Ja dann 141 Videos mit Frost, die dem Räucherschneemann 136 Videos mit Feuervögeln und Moskitos Ja 131 Videos mit diesen Kategorien Wo zum Beispiel Rauchfackeln, Bengalos und so weiter Ganzjährig erlaubt sind 124 Videos mit Silvesterraketen habe ich schon Ja dann 108 Videos über Adventskalender Pyro Adventskalender Und am Anfang war der erste ein Meerschweinchen Adventskalender Ja 57 Display und Schinken öffnen Videos Dann hier 49 Videos mit Beteiligung von Dean Pyro Da habe ich einfach so eine Zum Dank einfach mal für Sponsoring und so weiter So eine Playlist hier erstellt Und schließlich noch 32 Jubiläumsfeuerwerke Und das sieht hier dann so aus 1,5 Millionen Aufrufe 3.000ste Video auf meinem Kanal Und so weiter 3.000 Abos 1.000 Millionen Aufrufe 1.000ste Pyro Video Und so weiter Ja und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen Und tschüss bis zum nächsten Mal Und schaut mal gern in meine Playlists rein Und insgesamt habe ich 3060 Videos online 1.000 1.000 2.000 2.000